So Leute, sind wir wieder zum neuen Shop. Hier, Lava Paket ist immer noch drin. Scheint sich gut zu verkaufen. Nein Spaß. Wem es gefällt, kann ich gerne gönnen. So und dann hier fangen wir gleich an mit der Tarnung gelbes Leuchten. Da sieht ein bisschen aus wie eine Goldtarnung, so auf matt. Sieht echt nice aus von 300. Sieht echt schick aus. So und dann hier Terra. Ich frage mich, was die immer mit den Brillen da haben. Lass die doch weg. Sonst wäre das ein nicer Skin, Alter. So und dann hier haben wir Tech. Den finde ich persönlich nicht so nice. Keine Ahnung, aber wem es gefällt, kann ich auf jeden Fall holen. Aber ich habe lieber die weiblichen Skins. So, Elite Aufklärer. Hä, warum klappt er sich nochmal auf? Ah, der hat verschiedene Stile, deshalb klappt er sich die ganze Zeit auf. Ah ja, alles klar. Lost. So und dann die Pickaxe. Shock Klingen, die sehen übelst geil aus. Auf jeden Fall geil. Geile Klingen für 800 auf jeden Fall nice. Hier sind die anderen, die Tech Messer. Sind auch übelst nice aus. Also für 800 kann man die auf jeden Fall gönnen. Dann Schlagsäge. Nice Hacke. Finde ich einen Tick zu teuer, aber sehr nice. Dann Party Prügler. Das legendäre Lama. Ich finde den Kopf halt wieder so riesig. So und dann Laserbeißer. Ein sehr geiler Gleiter. Für 1500. Ja, kann man sich auf jeden Fall holen. Bissiger Taucher. Ja. 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 Ja, okay. Für 2000 ist schon ein bisschen teuer. Aber ja, komm. Ja, kann man so einen hinnehmen. Kleiner Mampfer. Die Hacke ist auf jeden Fall übelst nice. So, dann haben wir noch Bigfoot. Für 1200. Mit einem Fisch hinten drin. So, dann krasser Spalter. Komisch, dass die Pig-Ex drin ist, aber das Paket nicht. Von den Skins, die dazu passen. Ja, voll 80er. Der den Emote reingesetzt hat von Epic. Der war voll bekifft. Meiner Meinung nach. Schwere Schritte. Ja, das war wahrscheinlich der gleiche, der den erfunden hat. Pfadfinderin für 800. Sehr nice Skin. Für 800 kann man sich auf jeden Fall holen. Sieht sehr nice aus. Dann, komm schon. Für 200 auf jeden Fall übelst niceer Skin. Ne, nicer Tanz. Ja, und dann kommen wir zu den anderen Skins, die ja schon ein paar Tage im Shop sind. Ich glaube, die muss ich nicht nochmal extra vorstellen. Also, die sind ja schon ein paar Tage drin. Wisst Bescheid, Leute. So, ich lass euch. Ich muss morgen früh raus. Ich muss jetzt schnell Video hochladen. Und dann bin ich weg. Wenn ihr mich kostenlos unterstützt wollt, tragt gerne meinen Quater-Code ein. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.